Hallo Liano und willkommen zurück zu Let's Play Destiny Folge 47, ich wollte es eigentlich mit einem kleinen Auszug aus Zodans Tagebuch beginnen, aber Gerhard Pingpong hat währenddessen noch nicht aufgenommen gehabt und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, so. Boah, ich fürchte den Tod nicht, ich bin ihm bereits begegnet und wandle nicht wieder in Licht. Ich weiß nicht, wir werden uns nicht wiedersehen. Ich weiß, wir werden uns nicht wiedersehen. Was? Nicht, nein. I know she and I will meet again in time. Also ich weiß, sie und ich werden uns wiedersehen. Brother, I fear what she leaves behind. Loss is like the darkness, it corrupts. Also Verlust ist wie die Dunkelheit, es krompiert. Todand hat keine Angst vor Tod gehabt. Egal, wir müssen die letzten Riten abhalten. Genau. Sollen wir das machen? Ja. Using the Stealth Code, travel deep into the health mouth und das ist ja egal. Erzählen sie uns ja sowieso. Prost. Prost. Eigentlich müsste ich ja Skoll sagen, ne? Was ist das? Warum? Warum Skoll? Skoll? All you have to do now is fill it with Crota's soul. However, in the middle of some kind of funeral, so... Not a funeral. A death ceremony. Crota's essence is being prepared for the next realm. Right. So when you get to this funeral, or you can watch you close, Use Rasputin's cloak to slip past the taken. Find Crota's soul, wrap it up and get out. Kein... Das ist kein... Keine Beerdigung. Das ist eine Todeszeremonie. Das ist der Unterschied. Das gibt keinen. Prost übrigens, weil wir Apfelschorle trinken, natürlich. Nicht. Was habt ihr denn gedacht? Was ist der Rest? Where exactly are we headed? When the Deathsingers beginnt their song, you know we are close. Was were you trying to say? Is that she doesn't know? Don't worry. I'll keep my ear to the ground. And I will try not to step on his head. U-raid. U-raid. Das ist gar nicht der Anfang vom Raid, das ist das Ende von der ersten Phase. So startets. Sollen wir den irgendwann mal den Raid machen? Da kam ja übrigens ein Kommentar von jemandem, mit dem wir persönlich den Raid schon gemacht haben. Der hat sich da irgendwie eingeschlichen. King's Fall Raid hat er sich eingeschlichen. Und dann hat er unter das YouTube Video geschrieben, das hat mich sehr verwirrt. Deswegen hab ich doch nicht drauf geantwortet. Dann machen wir das nächste Mal einen Raid. Das hat doch nichts mit dem Let's Raid zu tun, Junge. Und deine Modifikation. Wir werden bereit sein. Dann bewegt ruhig und nicht gesehen, wie der Tod. Ich mag das genauso wenig wie unser Geist. Wir werden im deutschen Dialoge teilweise abgeschnitten. Wir hoffen, dass das funktioniert. Ich kann dich nicht sehen. Kannst du mich sehen? Jetzt weiß ich, wie ihr euch immer fühlt. Als Klingentänzer. Hm? Wenn ihr unsichtbar seid. Ich will was komplett Neues, dich vor dem Gegner zu verstecken. Mh. 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 Das ist eigentlich sehr kurios, dass wir es nicht sehen. Hallo! Hallo, Oga! Du mal rein. Die Schritte kommt schon wieder näher. Wieso ist das nicht während dem Raid so einfach, vor die Brücke zu kommen? Ja, aber wie gesagt, hab ich schon mal in den Kommentar geschrieben, Termin für den Raid gibt's nicht. Hab's noch nie. Absolut. Wir müssen erst mal Tekken durchspielen. Wir spielen höchstens Raids mal privat. Für uns. Mit anderen Charakteren. Wir haben ja auch noch ein echtes Leben. Das Abseits von Privatspielen. Das ist schon geil. So. Schlechtmission. Ich glaube, sie haben das gehört. Neeeeh. Taubenlüsse sind das. Oha. Die Deathsingers, they are preparing Crotas soul for the next realm. Follow their cry. It was just as this, when I walked in the dark. The wretched songs in the wind as Ariana fell. We have to go down. We have to go down. Crotas tomb and take what remains of his soul. There are a lot of tombes here. How do we find Crotas? Guck mal. You know it, when you see it. We have to think about it. Crotas is actually a full-time asshole. The symbol of Crotas. I don't know the derivation or the meaning. To me it says, we're going the wrong way. But as usual, I'm just following you. Of course, I have to go down. No, I don't. Should I say what he says? Ah, now, now. Okay. Okay. I mean... I mean... ... 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 Na, was kommt jetzt? Schon wieder so komische Psyons? Wuii, Hammer bliegt! Bliegt die Macht, komm mal. Uns sind meine Orbs schön groß. Komm, die haben noch keine Chance gegen uns. Wir sind hier in ihrem Terrain und waren die fertig. Wollen wir nicht ewig weiter machen? Eigentlich schon. So, kommt auch mal was. Ah, komm mal, Junge. Ich will aber nicht! Da war was Grünes! Nein! Ich geh mal in den. Aber was Grünes! Ja, sorry. Nein! Mach ihr was dafür beantwortet? Wenn ich das nicht... Ey! Ich bin für die Beste, was ich tun kann, mit so wenig Zeit. Du hast uns raus. Nein! Nein! Ich bin noch drin! Nein! Ich kann das Grüne noch einsammeln! Das ist so scheiße! Ja! Wo bist du? Ich bin bei Krotas Seele. Nein! Ich bin auch ewig hier gefangen. Mach die Tür auf! Kann er ohne ihn nicht weiter machen? Keine Sorge. Ich kann mich auch einfach rausporten. Eres ist ein Witz gegen meine Kräfte. Pass auf, ich drücke jetzt Continue. Und dann sind wir auf einmal im Orbit. Oh! Oh! Auf mager Schaden war es. Aber das war lustig. Habe ich meinen Ingram ja doch noch bekommen. Ich habe das Gefühl, das Spiel will uns unbedingt dazu zwingen, 30 Minuten Folgen zu machen. Ja, ich glaube auch. Ich meine... Ich bin wieder 12 Minuten... Komm ey, ich starte die nächste Folge. Ich starte die nächste Mission. Was müssen wir denn da machen? Endboss, glaube ich. Nee. Endboss. Endboss. Using the power of Ascendance, pass through the rapture and put an end to the taken coup. Redish side doch, tatsächlich ist das Ende. Endboss. Willst du dich noch mal vorbereiten? Ich... ja, ich zerstöre gerade alle meine Waffen. He has retreated, to where he is safe, to where he is powerful. He awaits the slayer of Krotar, the one who sleut his son. Da darf aber lange warten, weil das sind wir nicht. Wir haben seinen Sohn nicht getötet. Jo, komm. Sollen wir noch kurz Raid machen? Den Raid? Kruter Raid? Komm. Oh, können wir noch zu zweit? Weiß ich gar nicht. Äh, Bugging, ja. Bugging. Das dauert dann aber länger als 30 Minuten. Das dauert dann... Ja, das stimmt. Das dauert dann ein wenig länger. Ja, dann lauch mal. Moment mal. Was heißt denn lauch mal? Ich muss kurz meine Waffe austauschen. Na gut, dann machen wir mal. Wollen wir mal Oryx umhauen, ne? Das blöde Arschloch, kann ja nichts sein. Erst bringt er die Königin um, dann klaut er uns unsere Feinde. Was kommt als nächstes? Mhm. Lass uns aus. Wenn der Tess umbringt, dann hab ich die Schnauze voll von ihm. Er hat mir schon ein Babe weggenommen. All this was set in motion long ago. He calls out and the darkness answers. Okay. Creepy Sidekick? Check. Rogish Commander? Check. Und dann haben wir den Guardian. Meine größte Erfolgsschreibung. Ich würde sagen, wir sind bereit, das zu Ende zu machen. Wer von uns beiden ist der Sidekick? Nett. Das ist ein FN Film. Ne? Push back the dark. End it. Jee, meine Wachter ist nimmer. Aber wie sieht irgendwie viel aus? Geht zu dieser Rupture. Alter, die Verzug. Ritter Side. Sollen wir mal umhauen hier, ne? Alles umhauen. Machen wir einfach alles kaputt. Hier, da. Akolyten. Und Flix-Koppe. Hier, noch einen dreckigen Torwart. Nehmen wir ein bisschen Bindemittel. Äh, wo Mittel? Abführmittel. Abführmittel. Die Geräte auch scheiße. In den Mitteln wäre auch immer zu schlecht. In den Mitteln wäre ich mir zu sehr zusammenfangen. Auseinanderfallen. Ey, jetzt habe ich die Feuerrate von dem Ding. Ist ja auch so geil von dem Pulsgeräte. Ich habe so einen komischen Perk, damit ich die Gegner jetzt besser sehen kann. Und dann kommt immer so ein X. So ein X und ich habe einen besseren Radar. Der bessere Radar ist geil. Ja, der bessere Radar ist wirklich gut. Der ist jetzt... Hier ist noch irgendwo... 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 Irgendwie... Irgendwann... Ein Fragment. Ich glaube, ich weiß wo. War das nicht hier? Ja, hier. Hm? Ja, hier. Ne, das Fragment. Ja, ja, hier. Ach so. Ja, genau. Ja. Ah, da. Womit? Da. Da. Genau. Sind die eigentlich auch wieder über alle Charaktere, oder? Ne, ne. Nicht? Wir müssen mit jeden Charakter einzeln sammeln. Ach, das ist ja scheiße. Ja. Na gut. Jetzt müssen wir uns aber erst mal um Oryx kümmern. Dies, du der Arsch. Okay. Das ist, wo die Rupsture sollte sein. Und den Taken King ein Ende setzen. Schau dir durch, sende deine Koordinaten. Wir locken dein Signal und deployen Reinforceungen. Das geht auch niemals gut. Das geht auch niemals gut. Dass auch die Versteckung selbst senden würden. Ja, wenn die Versteckung senden würden, dann nie. Ja, das ist doch zu einfach. Jetzt wäre das ja ewig mal an der Seite von K.I. zu kämpfen. Dann würden sie sagen, da wieder ein Freund sein. Nein. Kein eben. Offensiv, ja, keine Freundschaft zur Frage an. Nein, ich mein jetzt. Das ist richtig wei. Das ist richtig wei. Das ist richtig mit dem ich meine versache. Schiei, da wieder ein Freund sein. Was kommt jetzt? Die Rupsture kann sensen, die Seele, die du behältst. Du bist Ascendant. Das sagt die immer so toll. Das sagt die immer so toll. Das sagt die... Das habe ich doch schon öfter getan. Well, ich bin bereit, wenn du bist. Das sagt die immer so, als ob sie das ganz toll finden würde, dass wir so aufgestiegen sind. Ja. Erhaben. Das ist so gut. Fiege ich gar nicht, glaube ich. Uh. Meine Tasche ist eigentlich voll. Wir müssen das auf uns selbst enden. Kann ich meinen Helm ausziehen? Äh, meine Maske... Meine Maske ausziehen. Wir sind definitiv irgendwo, aber kein Sign of Oryx. Wir sind in seinem Grabschiff. Gefallen. Gefangenen. Er hat uns ja... Hat er uns ja... geradezu eingeladen. Ja. Was gezwungen zu sagen hier. Wir haben uns ja rausgefordert. In the old... In ways of old... Ja? Nein. Wir haben ja seinen Sohn getötet. Das gefällt ihm natürlich nicht. Verstehen wir irgendwie. Das haben wir ihn komplett platt gemacht. Das haben wir ihn komplett platt gemacht. Okay. Keine Chance. Well, now we know, we have his attention. Hi Oryx. Hi Oryx. Hi Oryx. Wo ist er denn? Unten. Da ist ein Knocko Blue. Das ist aber kein Oryx. Das ist ein Knocko Blue. Das ist nicht Oryx. Das ist ein Knocko Blue. Der will uns verarschen. Ahaha. Haut sich immer noch nicht. Ahaha. Der Rückstoß ey. Ey. Ich seh nichts. Was ist eigentlich Clorash of the Pack? Das hab ich mir in die Off-Wack gefahren. Ich wollte das eigentlich nachgucken. Hab's aber nicht getan. Hm. Hm. Das ist so ein Backdoor-Curfer. Das ist immer bei dir. Ja, ja. Super Feuer ist glaube ich. Ne, wenn ich meinen Super eingesetzt habe. Ich guck mal schnell nach. Ich guck mal schnell nach. Ich guck mal schnell nach. Ah, okay. Das erhöht die Rüstung von Verbündnungen in der Nähe. Umso höher das Stapel, desto höher der Effekt. Ah okay. Bis zu fünfmal, oder? Du bist die letzte Hoffnung des Lichts. Ich habe die ganze Welt genommen. Du bist nicht würdig, mich zu begegnen. Ist das denn der Immun? Ja, wegen dem. Nichts mehr da. Nichts Immun. Du kriegst Hämmer auf den Kopf. Jetzt hältst du davon. Oh, jetzt geht der Oga auch noch. Das ist ja witzig. Oh, Postbestärkung. Kommst du nicht alleine gegen die Jungs an? Ja, den Centurio-Header. Und du auch. Zieh ihn doch mal. Was mir gerade aufgefallen ist. Hm? Der... Wie leuchtet der Weg? Der ist Enrage. Der hat gesehen, dass du seinen besten Barik-Tür gehst. Arschloch. Kann man so uns in deinen besten Freund nennen. Kannst du ja wohl nicht machen, oder? Ah! Der ist ja im Mut. Ja, wieder. Ja, wieder. Sie sich immer gegenseitig ein Schild geben. Ist so extrem nervig. Diese blöden Goblins. Ah! Fuck! Soll ich den Tod hauen. Nee, ich bin gegen die Wand. Tja, was war's mit seinen tollen Typen? Ich glaube, wir sind jetzt wertvoll. Würde ich auch sagen. Und was mir aufgefallen ist, der... Der Centurio. Hm? Er hat... Äh... Exotische... Er hat ja... Er hat ja exotische Sachen angehabt. Er hat ja exotische Sachen angehabt. Was ist denn? Ja, diese Arme da. Von den Titans. Aber es gibt definitiv etwas Schlimmes. Diese Warhammer-Dinger da. Kann ich das jetzt kennen? Wo wohne? Hier habe ich es geboren. Ich habe es geboren. Ich habe es geboren. Ich habe es geboren. Ich bin jetzt geboren. Jetzt bin ich nicht. Ah, ich habe es geboren. Jetzt scannt ihr das da hinten? Ach so, klar. Guck mal, hier ist eine Tür. Ob ich das scanne kann. Oh, shit. Ich glaube, da gehen wir auch noch rein, oder? Hast du es gescannt? Die Tür? Er hat geredet. Nee. Jetzt habe ich das gescannt, während die anderen noch gelehrt haben. Hat er jetzt den Dialog nicht abgespielt. Ach so. Also von der Tür meinst du? Ja, von der Tür. Ja. Die... Das World's Grave. Also das Weltengrab. Das war ja eine Bücherei, die wir gescannt haben. In einer der ersten Folgen von Destiny. Und daran stand wohl auch, dass diese Tür zu den Terror, also zu den Dingen führt, die die Hive noch nicht, also die die Scharen noch nicht zu einer Waffe umwandeln konnte. Vor denen selbst die Angst haben. Hm. Hm. Na dann. Na dann. Wollen wir mal. Wo ist er denn? Komm doch mal, Oryx. Uh. Wo gehst du denn? Ach, da ist ein... Fuck mir. Sag das doch. Ich dachte, das hast du hier unten gesehen. Ja, das... Ich achte doch da nicht drauf. Nicht wirklich. Das wäre dir Zeit gespart. Ja und? Ja, es ist nicht so, dass mir die besonders wichtig sind. Man kriegt ja nur so eine blöde Waffe. Ja. Wenn man die alle sammelt. Ich glaube man muss die fürs Schwert sammeln, oder? Auch. Auch, ja. Nee. Nee. Was anderes. Hm. Guck mal. Komm für mich, Warrior of Light. Nein. Ich werde mit dem, was Quota begonnen hat. Guck mal. Guck mal. � Hmmmm? Mhm. Nocris und Krota. Nocris und Krota. Meinst du, wir treffen Nocris noch? Vielleicht. Vielleicht. Und das ist dann wohl Oryx. Oder? Es ist Oryx. Diese Statue. Alles hier wurde kreiert, bevor die Erde geformt wurde. Ich wundere, wie viele Weltmeister Oryx hat. Das ist ein Fehler. Wir machen viele. Ich glaube, wir sollen durchgehen, oder? Du hast gemeint, wir sollen nicht hingehen. Ich dachte, man... Ja, ich... Weil... Der steht doch dahinter. Da ist er. Und... Alter! Ich werde... Fingern. Blende mich halt noch mehr! Allein da konnte ich sterben. Ich hol mir erstmal Nocris weg. Ich? Oder er? Ja. Oh, ja, ob ich die nicht sehe. Der will doch mir recht klauen, immer. Hat er schon. Da müssen wir nicht sterben. Ich glaube, das gibt sicher nicht dieses blöde Arsch. Ich glaube, das gibt sicher nicht dieses blöde Arsch. Jetzt auch noch mal auf dich zu verstecken, du blödes Arsch. Loch. Ding. Kämpf doch mal! Was ist denn hier tolles? Da rumstehen mit deinem Schwerpfuchten, oder was? Was ist denn hier? Hier! Ja, das schläft doch nur. Der fällt doch. Schon das Ende von der F.C.E.A.G.I.S. Was du als Schmerz nennen, ist das Ende deiner Evolution. Ja, deswegen wollen wir es ja aufhalten. Oder Adam meinte das so, dass er sagt, es ist das Epitom. Die Evolution, also das ist die höchste Form der Evolution, die man erreichen kann. Jetzt wird er eigentlich noch auf mit einer blöden Schmerzung zu verkünden. Mach doch mal was. Ja, der macht nur einen Schmerz. Was ist los? Ja, der war einen sehr schönen Tipp. Der war einen super Tipp. Ja. Sehr schön. Und er liegt nicht in den Steinen. Oh. Oh. Ernsthaft? Das war noch so gar nicht. Hinter dir. Ist es der nicht Dämon? Ja, der ist Dämon. Da wollte ich aber dran anleiten. Ja, ja, ja. Ich glaub wir sollten in der Nähe sein, oder? Da ist er wieder. Oh, was ist los? Oh, guck mal. Da kommt direkt auf dich zu. Der kommt direkt auf dich zu. Ich darf ihn töten. Hey, was ist denn los mit dem? Er sieht, dass er verliert. Ich werde dein Arsch als Wut tragen. Ich finde, ich werde dein Arsch als Wut tragen. Irgendwie schon. Ich meine, er macht sich ja vermuten. Wenn du wieder eingedrungen mit einem Schwerd. Ja. Er macht sich ja vermuten. Ui. Einmal mit dem Fass. Er hat mich ja getrunken. Ja, mich hat er auch erwischt. Sein Händchen wieder. Da. Na komm doch. Ich muss kurz kratzen. Ich muss mich kurz am Abend kratzen. Doch, doch. Oder auch nicht. Ja. Ja. Das hat er sich überwischt. Nee, bleib hier du. Richtig, kennst du's weg. Kannst umhauen. Nein. Nein, ich will doch nur umhauen. Nicht umhauen. Schieß drauf. Nein. Ich bin gleich gestorben. Ich meine, na komm an mir. Na komm her. Komm rein. Droh dich doch. Ich töte dich bitte mal drauf. Pass nur auf. Ich töte dich bitte mal drauf. Pass nur auf. Ja. Kamera geht mir schwer. Kamera geht mir schwer. Kamera geht mir schwer. Uh. 4 Stunden. Tschau, Kota. Tschau, Kota. Tschau, Kota. Was sollte das denn jetzt? Hat er sich grad selbst getakt? Schnibbel. Hm? Ich glaube, das war der Anfang von Taken King. Was? Das war erst der Prolog? Tatsächlich ist er das, ne? Ja, das war der Prolog. Das ganze, was wir gemacht haben, war alles der Prolog. Aber was hat er gemacht? Hat er sich selbst getaken? Hat er sich selbst so besessen gemacht? Ja. Meine Königin. Du warst richtig. Der Gäste war der Schlüssel. Der Gäste war der Schlüssel. Der Gäste war der Schlüssel. Das ist geschlossen. Ich habe mein Tod akzeptiert. Ich werde nicht verlieren. Mhm. Worin wird sie nicht versagen? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Oh, jetzt habe ich den Orex nicht als Sprecherplatt gemacht. Ja, und? Hast du aber richtig reinzuwirken, oder was? Klar. Ja, das war tatsächlich nur der Prolog vom Faken Chop. Naja, nicht wirklich der Prolog. Das war die erste Hälfte, ne? Das war die erste Hälfte. Nein, das war der Prolog. Ja, doch irgendwie schon. Ja. Ja, das war's mit Taken King. Gar nicht. Das war der Prolog. Das war der Prolog. Lass mich doch mal. Ja. So, das war der Prolog. Jetzt fängt es erst richtig an mit den ganzen Missionen. Und es geht weiter, sagen wir mal so. Oh. Jetzt kommt der Taken War. Genau. Der Krieg gegen die Besessenen. Die sind ja immer noch da, die blöden Arschlöcher. Und Oryx ist ja auch noch nicht besiegt. Scheinbar. Und was plant Erefs? Und was plant die Königin? Gibt es die Königin überhaupt noch? Lebt der Bruder? Nee. Der andere sind wirklich nicht. Lebt die Königin? Nee. Pfff. Keine Ahnung. Werden wir sehen in den nächsten Folgen von Destiny. Bis dahin. Ciao. Verdammte Überlinge. Ciao. Verdammte Überlinge, ey. Erik Karlsson. Was ist wirklich ein gutes Geschenk coolerer? Was dafür einschließlich war, alle die Königin und blöden Arschlöcher. E feeling sie Find ecc Taiwanese auf und schuld. Wir sehen uns nicht böse oder Hasen. Wo revolutionary in der Fl prochaine alsuly. Wir sehen uns. Unge Room. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018